Ich teste heute die viralsten TikTok-Produkte, damit ihr es nicht misst. Ich muss sagen, auf dem Video sah diese Spirale echt mega nice aus. Die Frage ist nur, wie sieht es im echten Leben aus? Ich muss zugeben, ich bin auch nicht gut da drin. Aber ehrlich gesagt sieht es echt scheiße aus. Das nächste Produkt ist eine Home-Sauna. Dieses Ding soll bis zu 50 Grad heiß werden. Und natürlich habe ich es für euch getestet. Ich weiß nur nicht, ob es eine gute Idee war, das im Wohnzimmer zu machen. Als nächstes müssen wir es nur noch anmachen. Wenn ihr wissen wollt, was dann passiert ist, checkt das neue YouTube-Video.